Willkommen zu diesem Gratis-Webinar Chartered Financial Analyst CFA Level 1. Und zwar geht es hier um Fixed Income. Ich möchte also speziell über Fixed Income reden, genauer gesagt, spezieller gesagt, über das Reading derzeit 44, Introduction to Fixed Income Valuation. Also, da geht es quantitativ richtig ab. Da ganz diluzie. Und zwar die Bond Prices and the Time Value of Money werden wir besprechen. Natürlich Prices and Yields. Wir werden uns über hier Konventionen unterhalten müssen, Quotes and Calculations und so weiter. Das heißt, was kann ich hier berechnen und wie berechne ich hier entsprechend die klausurrelevanten Positionen? Das Ganze, wie immer, gespickt mit Theorie zum einen und zum anderen natürlich mit entsprechenden Klausuraufgaben, Prüfungsaufgaben, die ich mir vorstellen könnte in dem Multiple-Choice-Format hier in einem möglichen CFA Level Alliance Exam. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin.